Du möchtest islamische Theologie studieren, hast aber Angst, keinen Job zu finden? Du wirst ständig gefragt, was man mit einem Theologiestudium machen kann? Hier ist die Lösung. Am Institut für Islamische Theologie gibt es neben dem reinen Theologiestudium auch die Option, islamische Religion auf Lehramt zu studieren. Hast du schon mal überlegt, dich in beide Studiengänge einzuschreiben? Denn eine Leistung, die du erbringst, kannst du sowohl für Religion als auch für Theologie anrechnen lassen. Oder du studierst islamische Religion auf Lehramt und möchtest dann wissen, und deine theologischen Kenntnisse vertiefen. Auch dann kannst du dich für das reine Theologiestudium einschreiben. Denn deine bisher erbrachten Leistungen kannst du auch für das Monofach Theologie anrechnen lassen. Auch kannst du eine Abschlussarbeit für beide Studiengänge einreichen. Somit hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.